Hey, kennst du schon die neue Max Factor Masterpiece Two-in-One-Lash-Wow-Mascara? Sie verspricht, Volumen und Länge zu geben. Das Gummibürstchen kannst du drehen, geruchslos. Wimpernzange, meine Wimpern ohne Mascara. Die erste Schicht mit geradem Bürstchen macht auf jeden Fall schon mal was her. Holla die Waldfee, das ist die zweite Schicht mit dem gedrehten Bürstchen. Da geht die Party schon ein bisschen mehr ab. Nice, oder? Die dritte Schicht setzt dem Ganzen mit der geraden Bürste nochmal die Krone auf. Mega! Auf jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite.